Herr Pohl, das erste halbe Jahr 2023 ist vorbei. Was waren für Sie die Höhepunkte im parlamentarischen Berlin? Ach, da gab es viele. Aber einige haben herausgestochen, zum Beispiel das vorgelegte linke Aktionsbündnis der Linken, die sich im freien Fall befinden, eigentlich in Auflösung. Man musste wirklich fragen, wo waren denn die Linken, um Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Corona, keiner hat sie gehört, keiner hat sie gesehen. Beim Mindestlohn halbherzig, das ist alles nichts. Aber pro Mindestlohn, das, was die Ampel da mal wieder losgelassen hat, das geht ja gar nicht. Erst haben sie gesagt, die Mindestlohnkommission soll es bestimmen. Und als wir dem Ergebnis nicht zufrieden waren, haben sie dann gesagt, jetzt machen wir es wieder über das Gesetz. Richtig ist, dass die Mindestlohnkommission einfach nur unserem Vorschlag folgen sollte, dass wir die Inflation mit einbinden bei der Berechnung. Und schon haben wir anständige Ergebnisse, mit denen die Bürger hier unten leben können. Herr Bull, Sie sind viel in Berlin, im Parlament, im Arbeitskreis, im Ausschuss. Jetzt machen Sie eine Sommertour in der plenarfreien Zeit. Sie sind in Eisenach, in Nordhausen, Sie waren in Ortruf. Welche Welt gefällt Ihnen besser? Nah am Bürger oder nah an der Ausschussarbeit? Eindeutig nah am Bürger, das ist doch klar. Sie sehen, die Ampel macht Politik für die politische Blase in Berlin. Die wissen gar nicht mehr, was da draußen los ist. Und wenn Sie hier mal auf dem Marktplatz rumschauen und auch auf den anderen Marktplätzen, wo wir waren, keine andere Partei lässt sich sehen und erklärt Ihre Politik. Wir sind da, wir machen was. Wir stützen die Bürger. Hier muss man die Probleme aufsaugen, die man dann mit nach Berlin nimmt. Ich habe heute zum Beispiel gerade über eine Rentenproblematik gesprochen, EU-Renten, Anrechnungszeiten etc. pp. Und ich meine, das nehmen wir mit in den Ausschuss. Da machen wir einen Antrag draus. Das müssen wir den Altparteien ins Brevier schreiben. Die müssen sich mehr um die Leute kümmern. Naja, aber umsonst ist nichts. 34 Prozent in Thüringen. Die Leute merken, dass wir uns kümmern. Das müssen wir uns kümmern.